Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie einen VPN-Server auf Ihrem Ubuntu PC einrichten können. Die Sache ist eigentlich recht simpel, Problem ist nur, dass wir jede Menge Befehle über die Konsole eingeben müssen und nur der kleinste Fehler wird natürlich dafür sorgen, dass das Ganze am Ende dann nicht mehr funktioniert. Deswegen haben wir die wichtigsten Konfigurationsdateien und Befehle über die Beschreibung verlinkt, einfach dort raus und hier rein kopieren, dann wird das Ganze schon funktionieren. Und für den Fall, dass trotzdem irgendetwas schief geht, immer schön Sicherheitskopien erstellen von den Dateien, die wir hier modifizieren, dann kann man das Ganze wieder zurückspielen. Wir machen hier das ganze Programm, IPsec wird unsere Pakete verschlüsseln, L2TP wird unser Tunnel sein, in dem dann die verschlüsselten IPsec Pakete hin und her wandern und PPP packen wir auch noch drauf, um das ganze Angebot abzurunden. Ich mache das hier unter Ubuntu 12.04, funktioniert natürlich gleich unter jedem anderen Ubuntu und ich habe mir jetzt hier schon mein Terminal geöffnet und habe mich schon zum Super-User gemacht. Nachdem wir unser System auf den neuesten Stand gebracht haben, das überspringe ich jetzt hier, installieren wir erst mal apt-get install aptitude, für den Fall der Fälle, dass es nicht drauf ist. Bei Ubuntu 12.04 ist das standardmäßig nicht drauf, deswegen packen wir es dazu. Bei mir war es jetzt hier schon drauf. Danach aptitude install open swan. Entsprechend bestätigen. Das können wir überspringen, also einfach auf nein klicken. Das hier ebenfalls mit OK bestätigen. Und wenn wir wieder auf unsere Eingabe Aufforderung sind, drücke ich Pfeil nach oben, dann bekomme ich den letzten Befehl nochmal und dann machen wir jetzt an xl2tpd abschicken. Und wenn wieder da install ppp. Also aptitude install ppp. So, dürfte jetzt bei mir auch schon drauf sein. Im nächsten Schritt bearbeiten wir die ipsec.conf. Sie erstellen vorher eine Sicherheitskopie. Den Teil werde ich jetzt hier überspringen. Ich lösche die Datei, damit ich mit einer neuen Datei anfange. Also etc. ipsec.conf und dann mit nano etc. ipsec.conf eine neue erstellen. Die ist dann jetzt logischerweise absolut leer. So, jetzt kopieren Sie sich den entsprechenden Teil aus unserer Beschreibung bzw. der Teil, der dort verlinkt ist, in den Zwischenspeicher. Hier einfügen das Ganze. Das Ganze ist entsprechend so eingestellt, dass alle privaten Netze hier abgewickelt werden. Das heißt, die brauchen hier nicht viel zu ändern. Das einzige, was verändert werden muss, ist logischerweise Ihre IP. Ihre lokale IP. Auch wenn Sie auf den Server vom Internet aus zugreifen wollen, was ja die meisten wollen. Anders wird es ja nicht viel Sinn machen. 192.168.1.22 ist das hier bei mir. Für den Fall der Fälle, dass Sie nicht wissen, wie Ihre IP ist, einfach einen neuen Terminal öffnen, ifconfig eingeben. So, dann sehen wir hier das Ganze. Über die Schnittstelle greife ich zu und das ist die 1.22. Können wir das wieder schließen. Haben wir hier eingetragen. STRG O zum Speichern, STRG X, um da wieder rauszukommen. Danach bearbeiten wir nano.etc.ipsec.secrets. Die Datei ist mehr oder weniger leer. Die letzte Zeile ist die einzige, die zählt. Da tragen wir unseren Server ein mit 192.168.1.22. in meinem Fall. Dann Tab-Taste, %Any, Doppelpunkt. Tab-Taste nochmal. PSK, Freizeichen, Anführungsstriche. Und jetzt kommt der Pre-Shared-Key. Den nehme ich jetzt hier einfach mal mit 654321. Damit wir das gleich, wenn ich mich mit dem Mobiltelefon beispielhaft draufschalte, eben unterscheiden können. Wo wird denn der Pre-Shared-Key eingegeben? Und so weiter und so fort. Sie nehmen natürlich einen Pre-Shared-Key, der nicht so leicht zu erraten ist, wie der, den ich jetzt hier beispielhaft genommen habe. So, wenn das drin, dann können wir das Ganze abspeichern. Also STRG O, STRG X. So, danach nano.etc.xl2pd.xl2pd.conf. Können wir schon mit Autocomplete arbeiten. Hier steht zwar einiges drin. Ich hätte die Datei also auch löschen können und eine neue Datei erstellen können über nano. Habe ich jetzt aber gerade vergessen. Ist aber egal. Denn alle Einträge, die hier zu sehen sind, die sind eh ungültig, weil auskommentiert. Insoweit fahre ich einfach bis ganz nach unten. Rechte Maustaste. Ich füge wieder das ein, dass sie über die Beschreibung verlinkt finden. Und wir passen hier nur die IP-Range an und unsere IP. Unsere IP ist ja relativ einfach. 192, 168, 1.22. Haben wir ja eben schon eingegeben. Und in der Zeile darüber finden wir die IP-Range. Und die können wir nicht einfach vergeben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie in ihrem lokalen Netzwerk einen sogenannten DHCP-Server haben. Den haben fast alle Benutzer. Es sei denn, sie haben ihn absichtlich ausgeschaltet. Er sitzt wahrscheinlich ganz normal in ihrem Haupt-Router. Dort, wenn aktiviert, vergibt der DHCP-Server eben IPs für die Geräte, die sich eben anmelden in ihrem lokalen Netzwerk. Zum Beispiel ihr Mobiltelefon. In dem Moment, wo aber allerdings ein DHCP-Server in unserem Netzwerk unterwegs ist und IPs vergibt, dürfen wir jetzt hier für unseren VPN-Server nicht dieselben IPs vergeben. Das heißt, die sogenannte IP-Range, die wir jetzt hier eintragen, die darf sich nicht mit der IP-Range vom DHCP-Server überschneiden. Sie können die entsprechenden Einstellungen in ihrem Router herauslesen. Ich weiß jetzt hier mein DHCP-Server. Das ist eine Fritzbox. Haben wir in einem anderen Video schon gezeigt. Und die vergibt standardmäßig die IPs in dem entsprechenden Bereich. Ich fange das jetzt hier mal an zu konkretisieren, damit Sie wissen, wovon ich hier rede. Ein Moment. 192, 168, 1 Punkt. Machen wir hier erstmal XX draus. Und nochmal 192, 168, 1 Punkt. XX. So, und dieses X kann ja jetzt maximal 1 bis 255 sein. Und ich weiß halt, dass die Fritzbox standardmäßig die IPs 20 bis 200 oder 220 vergibt. So genau weiß ich das auch nicht mehr. Also entweder 20 bis 200 oder 20 bis 220. Ich glaube, das Letztere eben. Die vergibt 100 Geräte per DHCP. So, das heißt, ich setze mich jetzt in einem Bereich hier mit meiner IP-Range, den die Fritzbox definitiv nicht abdeckt, in der Standardkonfiguration. Wenn Sie das Ganze natürlich geändert haben, ist das wieder was anderes. Also ich nehme jetzt hier 240 bis 245. Das ist der Bereich, der jetzt hier bei mir abgedeckt werden soll. Das ist die lokale IP. Wenn fertig, dann STRG-O, STRG-X, raus da. Danach bearbeiten wir nano, etc, ppp, ups, ppp und dann options.xl2tpd. Das funktioniert nicht mehr mit autocomplete. Der Fehler, den ich hier gerade eingegeben habe, ich habe bei p schon das autocomplete gemacht und es gibt mehrere Verzeichnisse, Schrägstrich Dateien, die mit p anfangen. Und das hat er dann gemerkt und hat die mir alle aufgelistet. Da habe ich dann gesehen, dass ich mich vertan habe. In dem Moment, wo ich nur das pp eingebe, dann funktioniert es natürlich auch mit dem autocomplete, weil es dann halt keine Alternative mehr gibt zu dem entsprechenden Verzeichnis. Also deswegen ist der kleine Fehler jetzt hier aufgetreten. Also nano, etc, ppp, options.xl2tpd. Da darf man sich nicht verschreiben, denn wenn wir die Datei falsch benennen, die gibt es nämlich nicht, dann erstellen wir eine falsche Datei, auf die nachher nicht zugegriffen wird. Wir tragen hier wieder ein, den entsprechenden Bereich aus der Beschreibung. Den können wir im Standardfall auch so lassen. Und zwar geht es ja eigentlich nur um den Eintrag bezüglich des DNS-Servers. Da können Sie den DNS-Server von Ihrem Provider eintragen. Das können Sie machen. Sie können allerdings auch den hier drin stehen lassen. Das ist der DNS-Server, den Google Ihnen anbietet. Also können Sie machen. Sie können aber auch Ihren eigenen dort eintragen. Einfach hier die entsprechenden Werte abändern. So, wenn fertig, wieder STRG-O, STRG-X. Kümmern wir uns als nächstes um die Benutzer, die sich dort aufschalten dürfen mit ppp-chap-secrets. Einfach in die letzte Zeile fahren und dann dort die Benutzer eintragen. Mein Benutzer soll Semper Video heißen. Also das ist der Name desjenigen, der sich aufschalten darf. Server ist immer L2TPD. Secret ist jetzt das Passwort, das der Benutzer benutzt. In meinem Fall 123456. Sie lassen sich da wieder etwas wesentlich clevereres einfallen. Also nicht unbedingt 123456 nehmen. Und IP ist Sternchen. Der Benutzer Semper Video mit dem Passwort 123456. Der darf sich von jeder IP aus auf den VPN-Server aufschalten. Deswegen da dort ein Sternchen. Theoretisch könnte man das dort einschränken. Machen wir jetzt hier aber nicht. Also STRG-O, speichern, STRG-X, raus da. Nano, etc, rc.local. Hier fahren wir bis ganz ans Ende. Nicht ganz bis ans Ende. Also wir brauchen ein paar Freizeilen vor der Exit Nullzeile. Wir fügen das ein, was wir da einfügen müssen. Und das sorgt dafür, dass die Änderungen, die wir jetzt gerade vorgenommen haben, dass die natürlich eben auch nach einem Neustart noch gelten. Insoweit das eingetragen. STRG-O, STRG-X, raus da. Und das war es dann auch. Und da wir feststellen müssen, ob das Ganze eben auch noch nach einem Neustart funktioniert, macht es keinen Sinn, das Ganze jetzt zu testen. Und deswegen Shutdown R-Now. Nachdem unser Ubuntu-PC wieder hochgefahren ist, können wir nun also versuchen, uns darauf aufzuschalten auf den VPN-Server. Und ich mache das jetzt hier testweise mit einem Android-Mobil-Telefon. Ist die Version 4.3, funktioniert genauso unter jeder anderen Version 4.0 oder größer. Die Versionen darunter, die müssen sich einfach im App Store umschauen. Für den Fall der Fälle, dass sie sich überhaupt mit dem Mobiltelefon aufschalten wollen. Sie können das Ganze auch von ihrem Laptop aus machen. Also jetzt hier Android. Also ich klicke erst mal auf meine Einstellungen. Dann haben wir hier den Punkt mehr. Da klicken wir drauf. Dann haben wir hier VPN. Da klicken wir drauf. Dann haben wir ganz oben ein Plus. Oben rechts. Da klicke ich drauf. Für Profil hinzufügen. So, einen Namen vergeben. Das nenne ich jetzt hier einfach mal Ubuntu. Der Typ, der wird angewählt. Und zwar haben wir hier eine VPN-Verbindung vom Typ L2TP-IPsec.psk. Oh, ohne den Punkt. So, wird angewählt, bis das hier im Fenster Typ erscheint. Und Server-Adresse. Die ist natürlich jetzt in meinem Beispiel hier lokal. Also 192.168.1.22. Sie können das Ganze natürlich auch aus dem Internet, ich sag jetzt mal durchführen. Dann eventuell mit Dynamic DNS eine dynamische Domain besorgen. oder eben die IP-Nummer von Ihrem Server von außerhalb eingeben. Ist allerdings bei ständig wechselnden IPs, wenn Sie bei einem Provider sind, der Ihnen alle 24 Stunden eine andere IP gibt, dann ist das dort nicht ganz so sinnvoll. Deswegen Dynamic DNS. Links alle in der Beschreibung. Vorinstallierter. Das ist der Pre-Shared-Key. Das war in unserer Konfiguration ein 654321. Am Ende speichern und das war es dann auch schon. Jetzt habe ich den entsprechenden VPN-Server hier eingetragen. Heißt ja bei mir jetzt Ubuntu. Also klicken wir da drauf. Nutzername. War in meiner Konfiguration Semper-Video. Passwort. Das war bei mir 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das Ganze soll gespeichert werden, damit ich das nicht immer wieder von vorne eingeben muss. Wir verbinden uns. So, Verbindung wird hergestellt. Dauert jetzt nicht mehr lange. Dann haben wir nämlich oben links den Schlüssel. Der Schlüssel ist da. Wir sind verbunden. So, das Ganze funktioniert ganz wunderbar. Wir können jetzt auch mal schauen, ob wir hier eine Verbindung haben. Machen wir ein Reload auf Google. Ja, hat funktioniert. Haben wir ganz kurz oben an den blauen Balken gesehen unter der URL-Zeile. Also, wir haben uns aufgeschaltet. Wir haben eine Verbindung. Die Pakete werden weitergeleitet. Es hat alles funktioniert. Ist also gar nicht so schwer. Okay. Die Pakete werden weitergeleitet. Die Pakete werden weitergeleitet. Die? Die?